Die Bundesregierung hat eine Reform des Sexualstrafrechts auf den Weg gebracht. Mit ihr sollen Gesetzeslücken geschlossen werden, um Frauen besser vor sexueller Gewalt zu schützen. Bei den Verschärfungen geht es um Fälle von Vergewaltigungen oder Übergriffen, die bisher kaum oder schwer zu ahnden waren. Etwa immer dann, wenn Opfer sich aus Angst nicht gewehrt hatten oder weil der Übergriff für sie überraschend kam. Köln an Silvester. Massenhaft wurden Frauen belästigt. Die Politik verurteilte die Attacken. Seine Pläne rückten wieder in den Fokus. Der Justizminister hatte schon im Sommer Verschärfungen des Sexualstrafrechts vorgelegt. Erst heute gingen sie durchs Kabinett. Bislang werden Täter häufig nur verurteilt, wenn sich die Opfer körperlich gewehrt hatten. Jetzt reicht es für eine Verurteilung aus, wenn sich das Opfer bedroht fühlt oder überrumpelt wird und sich deshalb nicht wehrt. In Deutschland ist bisher nur jede zehnte Vergewaltigung angezeigt worden. Und von den angezeigten Vergewaltigungen sind nur acht Prozent einer Verurteilung zugeführt worden. Das hat damit zu tun, dass wir Schutzlücken im Strafrecht haben, die wir mit diesem Gesetzentwurf schließen. Künftig könnten also auch Täter, die wie in Köln einen Überraschungsmoment nutzten, in schweren Fällen bestraft werden. Kritikern reicht das nicht. Sie sagen, auch schon unzulässiges Berühren müsse verfolgt werden. Da ist ein richtiges strafrechtliches Loch. Dieses Angrabsen und Antasten muss man auch klar strafbar machen. Ich meine, jede Form sexueller Misshandlung, sexueller Handlung, die nicht auf Einvernehmen besteht, muss strafbar werden. Auch Opferschützer sind noch nicht zufrieden. Sie wollen, dass im Strafgesetz der Grundsatz Nein heißt Nein verankert wird. Der Bundestag muss nun entscheiden, ob dieser Leitsatz noch ins Gesetz geschrieben wird. Ostern. Genau vor einem Jahr hatte Chris seinen Unfall. In der Brockdorfer Kirche wurde er konfirmiert und getraut. Einmal im Jahr kommt er hierher. Diesmal hat er viel auf dem Herzen. Einmal im Jahr 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 im